Es gibt unzählige Religionen auf dieser Welt, aber machen sie wirklich einen Unterschied im praktischen Leben? Wie muss Glaube aussehen, dass er nicht nur eine fromme Tradition ist, sondern wirklich Kraft hat im Alltag? Entdecken Sie das Geheimnis eines Glaubens, der wirklich das Leben verändert, so dass auch andere Menschen den Eindruck haben, dass dieser Glaube sich durch das Geheimnis ist.